Im vierten Rennen habt ihr Super GK am Ablauf. Der ist entgegen eurer Vermutung doch am Fahrer gescheitert. Jetzt habt ihr den Silberhelm an Bord. Wie schaut es diesmal aus? Ja, der wird das hoffentlich etwas besser machen. Aber er bleibt etwas schwierig am Start, weil er momentan ein kleines Wehwehchen hatte. Und deshalb ist er nicht der Einfachste momentan am Start. Aber fürchten braucht er keinen? Fürchten tut der Fahrer sowieso keinen.